Falls jetzt jemand glaubt, das war's und ich setz mich wieder hin und schon hofft, ich... Na, leider nein, ich muss Sie enttäuschen. Ich will das noch ein bisschen elaborieren. Ich meine, die Essenz war das schon, aber ich will noch ein bisschen was dazu sagen. Geschafft. Und eine kleine Fußnote noch. Es sitzen heute auch ein paar unter uns Schülerinnen und Schüler, da trifft es noch zu, die es noch nicht ganz geschafft haben. Die vielleicht noch irgendwo so ein bisschen ein VWA oder ein kleines Klausurchen oder das eine oder andere Ding noch im Herbst erledigen. Aber ich bin zuversichtlich, das ist praktisch geschafft. Also auch ihr seid heute hier willkommen und ihr werdet heute auch gefeiert. Nur so am Rande. Okay. Mir kommt es nicht so vor, als wäre es gerade die letzte Matura-Feier gewesen, aber ich erinnere mich trotzdem daran. Und diejenigen von Ihnen, von euch, die letztes Jahr dabei waren, sei es als Gäste oder als Lehrer oder Geschwister, wie auch immer, die erinnern sich vielleicht, dass ich gesagt habe, im letzten Jahr, das war ein besonderes Jahr, ein schweres Jahr, das erste Jahr Zentralmatura, im nächsten Jahr wird es viel leichter werden. Liebe Absolventinnen und Absolventen, das habe ich damals so gesagt, naja, jetzt sitzen wir hier im zweiten Jahr, so viel leichter war es nicht. Und das hat sich schon im Jahr gezeigt, ich will jetzt nicht eure ganzen vier Jahre Oberstufe oder fünf oder sechs oder wenn man an Unterstufe denkt, viele Jahre, über die wollen wir jetzt nicht reden, aber dieses letzte Jahr zumindest, ganz kurz, das war leider geprägt fast von einem Thema alleinig, die Mathematik. Ich muss das jetzt sagen, weil wir haben geschwitzt, wir haben investiert, wir haben geübt, wir haben gelernt, wir haben wirklich, wirklich viel in dieses eine Fach hinein investiert. Es waren schon die Lehrer bei mir, die Kolleginnen und Kollegen, die Kollegen, die haben gesagt, na Mathe, na Mathe, nicht nur die Mathelehrer, die auch, aber alle von den Schülerinnen und Schülern, die bei mir wirklich gar nicht reden, das hat uns wirklich mitgenommen. Aber wir haben uns dafür gedacht, so, aber wenn wir schon so reinbuttern, den Biffi werden wir es zeigen. Naja, ihr wisst das, Sie wissen es, das Biffi hat uns gezeigt. So toll war das dann nicht. Zum Glück, immerhin, es ist jetzt kein großer Trost, aber es war nicht nur bei uns, das war Wien, weil das war österreichweit so. Und, naja, wir sind hier zu feiern und nicht uns zu ärgern und das können wir auch denn letztendlich bei den Kompensationsprüfungen, haben wir es dem Biffi dann gezeigt, die meisten, die allermeisten, der ganz große Prozentsatz hat es geschafft, sitzt jetzt hier und insofern können wir auch diesen Punkt als mehr oder weniger erledigt betrachten und, ja, uns hier gratulieren. Ja, wenn ich daran denke, warum haben wir es, warum habt ihr es geschafft, natürlich gilt es hier an erster Stelle euren Lehrerinnen und Lehrern zu danken. Die haben euch, ich will jetzt nicht nochmal diese Jahre aufzählen, viele Jahre lang begleitet, unterstützt, gefördert, mit euch gelitten, mit euch geschwitzt, euch verflucht, vielleicht in den Hintern getreten. Ich weiß nicht, die ganze Palette der Emotionen war da. Sie haben Blut geschwitzt, sie haben, ja, alles mögliche geschwitzt. Sie sind mit euch einen langen Weg gegangen und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert, weil ihr, liebe Absolventinnen und Absolventen, euch darauf eingelassen habt, euch das Vertrauen geschenkt habt und gemeinsam mit euren Lehrerinnen und Lehrern diesen Weg gegangen seid. Und deswegen ersuche ich jetzt vielleicht ganz kurz mein Dankeschön für die Lehrerinnen und Lehrer. Applaus 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 Applaus